Ich geh mit Diane Court aus. Diane geht nicht aus, sie findet Partys blöd. Sie weiß ja gar nicht, was sie alles versäumt. Ach, das gibt ne glatte Bauchlandung. Ich liebe Bauchlandung. Hier ist Lloyd. Ich will mit ihr ausgehen. Tut mir leid, ich hab zu tun. Aha, liest du schon wieder schlaue Bücher? Ja, aber ich bin auf der letzten Seite. Tag. Ich bin Lloyd Dobler. Ich bin Sportler. Ich rauche nicht und trinke nicht. Ich bin nämlich Kickboxer. Kickboxen ist der Sport der Zukunft. So, sie können beruhigt sein. Ihre Tochter ist bei mir in den besten Händen. Ich passe gut auf sie auf. Ich danke ihnen für ihr Vertrauen. Hallo. Wow. Vielleicht steht Diane auf ihn. Würdest du dich in ihn verknallen? Ja. Natürlich. Wie sieht deine Zukunft aus? Ich möchte so viel wie möglich mit Diane zusammen sein. Ach, wirklich? Das ist mein voller Ernst, Sir. Ich will dir was sagen. Nein, das ist nicht nötig. Ich muss es dir aber sagen. Ich will es aber nicht hören. Irgendwie bist du schwierig, Diane. Ehrlich. Ich weiß. Sie hat mein Herz und ich ihren Kugelschreiber. Bruder, keine Braut ist das wert. Es gibt doch so unheimlich viele Lotten. Such dir eine andere. Herrlich, ihr wisst so viel über Frauen. Aber Sonnabendabend sitzt ihr allein hier und beschluckt euch. Wieso? Hä? Tja, aus Weisheit, Mann. Ja, genau. Der Schlägeleicht. Ich bin ein Typ und ich hab meinen Stolz. Nein, du bist kein Typ. Typen gibt es Tausende. Du bist ein Mann. Sie ist sein Traum und für diesen Traum würde er durch die Hölle gehen. John Cusack in einem Märchen von heute. Ich bin ein Typ. Untertitelung des ZDF, 2020